Dieses Pausenzeichen bedeutet im Notensatz zweierlei. Normalerweise steht es für eine ganze Pause, also eine Pause von der Länge einer ganzen Note. Daneben steht das gleiche Zeichen auch für eine Ganztaktpause. Diese Pause füllt einen ganzen Takt aus, egal wie lang dieser ist. In diesem Dreivierteltakt ist die Ganztaktpause also drei Schläge lang. Die Ganztaktpause setzen wir in Kapella mit der Ziffer 1 und der Leertaste. Eine Vierviertelpause setzen wir ebenso, halten dabei aber die Umschalttaste gedrückt. In der Farbdarstellung wird der Taktstrich rot, weil die Vierviertelpause nicht in den Dreivierteltakt passt. Vierviertelpausen können in solchen Taktarten sinnvoll sein, in denen halbe gezählt werden. Vierviertelpausen können in der Farbdarstellung 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 werden. Vierviertelpausen können in der Farbdarstellung.